Die Abenteuer von Bernd Schäferhund und Rixi Dackel Folge 5 Die längste Nacht Wieder beginnt ein neuer Tag im Hause von Bernd Schäferhund und Rixi Dackel. Doch etwas stimmt heute nicht. Etwas ist anders. Kein Hund ist zu sehen oder macht sich sonst irgendwie bemerkbar. Natürlich, sie sind ja auch nicht da. Immer wenn beide Härchen gleichzeitig einen Tag frei haben, geht es zum großen Wald am See für einen ausgiebigen Spaziergang. Das lieben die beiden sehr. Denn da können sie Stöcker sammeln und viel schwimmen. Meistens bleiben sie bis zum Nachmittag. Moment mal, es ist Nachmittag. Sie müssten eigentlich jeden Augenblick hereinkommen. Ach, da sind sie ja. Man hört den Schlüssel in der Haustür und durch die Glasscheibe in der Haustür sind die beiden auch schon gut erkennbar. Komm schnell, Bernd, schreit Rixi Dackel, während sie wie ein Pfeil mit ihrem nassen Fell durch den Flur rennt. Berndchen, gib Gas. Wir waren heute noch gar nicht im Garten. Dabei hüpft sie wie ein Flummi im Wohnzimmer herum. Was ist denn so dringend, Rixi? fragt Bernd. Wir sind doch gerade erst wieder zu Hause. Mein Fell ist noch gar nicht richtig trocken. Bernd, ich habe einen super Plan für heute Abend. Das wird ein tolles Abenteuer. Bernd läuft Rixi ohne Widerworte hinterher in den Garten, wo sie bereits eine mit Moos bewachsene Stelle auf dem Rasen gefunden hat, um sich auszuruhen. Das weiche Moos liebt sie sehr. Bernd lässt sich neben ihr fallen. Dabei tropft immer noch etwas Wasser aus seinem Halsband. Murmeln fragt er erneut. Trixi, was genau ist denn jetzt so wichtig? Und von was für einem Abenteuer sprichst du? Seufzend schlägt er dabei seine Ohren über die Augen. Wir bleiben die ganze Nacht wach, Bell, Trixi voller Freude. Hier in unserem Garten. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Ich weiß auch schon, wie wir es anstellen müssen, Berndi. Das klingt großartig, Trixi. Das wird ein Riesenspaß, sagt Bernd. Aber wie willst du das denn anstellen, Trixi? Die Gartentür wird doch abends verschlossen. Nein, wird sie nicht, spricht Trixi. Sie wird zwar zugemacht, aber nicht verschlossen. Komm mal zu mir, du großer Hund. Ich nehme dir mal das Halsband ab, Bernd. Trixi greift mit ihrer Schnauze das nasse Halsband und streift es über Bernds Köpfchen. Hier, Bernd, siehst du? Das klemmen wir zwischen die Gartentür, sodass sie nicht ganz ins Schloss fällt und wir freie Bahn haben. Ja, Trixi, so machen wir es. Das klingt logisch. Gut, dann lass uns hier liegen bleiben auf unserem Moosbeet, bis es Zeit wird, reinzugehen. So machen wir es. Und so passiert es auch. Die beiden ruhen sich ausgiebig auf dem Rasen aus, an ihrer neuen Lieblingsstelle, dem kleinen Fleckchen Moos. Endlich im Hause angekommen, ist Trixi schon richtig aufgeregt. Bernd muss sie beruhigen. Trixi, lege dich in deinem Körbchen so wie immer. Du errichtst noch Aufmerksamkeit. Und wir wollen doch nicht auffallen. Hörst du? Okay, sagt Trixi. Sie legt sich zitternd vor Aufregung neben Bernd ins Körbchen. Bernd rückt dichter zu ihr, um sie zu wärmen. Er hat gedacht, sie zittert, weil ihr kalt ist. Mir ist nicht kalt, Bernd. Ich kann nur nicht mehr abwarten. Trixi springt wie ein Känguru aus dem Korb und flüstert. Komm, Bernd, unsere Herrchen sind oben. Sie gehen schlafen. Es ist Zeit für ein bisschen Action. Dabei guckt sie mit einem zugekniffenen Auge über ihre Schulter zu Bernd rüber, der langsam aus seinem Körbchen kriecht. Die beiden schleichen sich durch die nicht ganz verschlossene Tür in ihren Garten. An der großen Eiche, an der sich unten am Stamm immer das ganze Laub aufhäuft, überlegen die beiden, was genau sie denn mit der extra gewonnenen Zeit in der Nacht anfangen wollen. Trixi grübelt. Du, Bernd, ich weiß gar nicht genau, was wir hier machen sollen. Ehrlich gesagt habe ich mir da vorher gar keine Gedanken gemacht. Hast du denn eine Idee? Du hast doch heute Mittag gesagt, du hättest es dir auch schon lange gewünscht, mal die ganze Nacht im Garten zu bleiben. Ja, das stimmt, Trixi. Aber jetzt, wo ich hier bin, habe ich gar keine Ahnung mehr, was man machen könnte, sagt Bernd. Psst, Bernd, hörst du das? Psst, hör doch, da raschelt etwas im Gebüsch. Da vorne, an der Hecke. Ja, da bewegt sich etwas Weißes. Siehst du es, Trixi? Bernd, was ist das denn wohl? Es ist doch Nacht. Es gibt auch nachtaktive Tiere, die tagsüber schlafen, sagt Bernd. Komm, Trixi, wir gehen mal hin und sehen nach. Ach, munter strolchen die beiden zur Hecke, an dem sich das Weiße etwas bemerkbar gemacht hat. Bernd fängt an zu lachen. Ein Igel. Es ist ein Igel, Trixi. Aber Igel sind nicht weiß, Bernd. Der Igel antwortet mit russischem Akzent. Guten Abend, ihr beiden. Ich heiße Igor. Ich bin nicht weiß. In meinen Stacheln bleibt immer Schnee hängen, wenn ich aus dem Gebirge herabkomme. Ich bin ein sibirischer Schneeigel. Das ist ja richtig interessant, sagt Trixi zu dem Igel. Wir sind zum ersten Mal die ganze Nacht hier im Garten und haben gar nicht damit gerechnet, jemanden zu treffen. Ich bin Trixi Dackel. Und das hier ist mein Partner Bernd Schäfer und wir sind jeden Tag hier im Garten. Bernd freut sich sichtlich über Igor, den neuen Freund. Bisher hat er noch keinen echten Igel gesehen. Igor, was machst du als Igel denn so? fragt Bernd. Naja, ich bin eigentlich den lieben langen Tag damit beschäftigt, Nahrung zu suchen. Und in den Wintermonaten bereite ich alles für den Winterschlaf vor. Und ihr? fragt Igor. Bernd antwortet. Wir werden von unseren Härchen gefüttert und haben eigentlich sehr viel Freizeit, die wir am liebsten hier im Garten verbringen. Während die drei sich munter unterhalten, bemerken sie nicht, wie sie permanent von einer Eule oben in der Eiche beobachtet werden. Auch Igor, der nachts ja öfter unterwegs ist, hat die Eule nicht bemerkt. Misstrauisch schaut sich die Eule aufmerksam um, als hätte sie etwas dagegen, dass jemand sich im Garten auffällt. Plötzlich und mit einem lauten Schrei fliegt die Eule von ihrem Ast und macht einen Riesenlärm mit ihren Flügel. Was hat sie nur vor? Was bisher geschah. Bernd und Trixi haben, als sie vom Ausflug mit den Härchen zurückkamen, beschlossen, die Nacht im Garten zu verbringen. Dort trafen sie Igor, einen sibirischen Schneeigel, als sie plötzlich von einer Eule überrascht wurden. Was war das? Habt ihr das gehört? fragt Trixi. Ja, antwortet Bernd, das war ja nicht zu überhören. Das war bestimmt eine Taube. Eine Taube? Das glaube ich nicht, sagt Igor. Um diese Zeit habe ich noch keine Taube gesehen. Tauben schlafen tief und fest um diese Zeit. Duckt euch! Pass auf! Geht in Deckung, schreit Igor ganz laut. Das war eine Eule! Bernd und Trixi rennen vor Schreck weg, als die Eule im Sturzflug vor ihnen landet. Sie verstecken sich auf der Veranda, vor der Holzhütte ganz hinten im Garten. Nur Igor ist da geblieben. Was war das denn für ein Vogel? fragt Trixi ängstlich. Ich schätze, du hast gerade zum ersten Mal eine Eule gesehen, sagt Bernd. Igor ist einfach stehen geblieben. Hatte er denn gar keine Angst, Bernd? Hm, ich weiß nicht, Trixi. Ich habe mich auf jeden Fall erschrocken. Vielleicht kannten sich die beiden, überlegt Bernd. Die Eule wühlt im Gebüsch, als Igor hervorspringt und sie zur Rede stellt. Hey Eule, was soll das? Du erschreckst hier jeden. Was ist denn bloß los mit dir? Was los ist? fragt die Eule wütend. Was los ist? Das ist mein Garten. Und ich traue diesem Bernd Schnauzbär und dem Mädchenhund nicht. In all den Jahren habe ich hier noch keinen Hund nachts im Garten gesehen. Die verscheuchen noch alle Mäuse. Beruhige dich, Frieda. Sie sind nachts nie hier. Es scheint, als wäre es nur eine Ausnahme heute. Ich habe doch gerade mit den beiden gesprochen. Übrigens heißt er Bernd Schäferhund und nicht Bernd Schnauzbär. Und der Mädchenhund hört auf dem Namen Trixi Dackel. Mir machen sie jedenfalls einen ordentlichen Eindruck. Vertrau mir, Frieda. Wir kennen uns doch schon so lange. Ja, vielleicht habe ich wirklich etwas überreagiert, sagt Frieda. Ich wollte niemanden erschrecken, fügt sie hinzu. Meinst du, Igor, dass ich mich entschuldigen sollte? Ja, sagt Igor. Warte, ich rufe sie. Bernd und Trixi bitte zum Gebüsch an der großen Eiche. Bernd und Trixi bitte. Komm, Bernd, sagt Trixi beruhigt. Igor ruft uns. Ich glaube, es ist alles in Ordnung. Na Gott sei Dank, erwidert Bernd. Ich hoffe, du hast recht, Trixi. Trixi kommt mit Bernd aus dem Unterschlupf an der Holzhütte hervorgekrochen und sie schleichen sich zurück zu Igor. Frieda geht den beiden direkt entgegen, aber anstatt zu fliegen, hüpft sie wie eine Springmaus über die Wiese. Hey, ihr zwei, ruft sie. Es tut mir leid. Ich wollte niemanden erschrecken. Es ist nur so, dass ich es ungewohnt fand, den Garten zu so einer späten Zeit nicht für mich alleine zu haben. Entschuldigt, mein ruppiges Verhalten bitte. Kein Problem, sagt Bernd, direkt noch bevor Trixi etwas dazu sagen konnte. Echt, kein Problem. Aber wir haben uns richtig erschrocken, ähm, Frieda, ich heiße Frieda, die Eule. Mein Gott, ich hab ganz vergessen, mich vorzustellen. Igor grinst übers ganze Gesicht, sodass man, wenn man direkt vor ihm steht, nicht mal auch nur einen einzigen Stachel erkennen könnte. Tja, Frieda, sagt Igor, ich glaube, du hast dich sogar selbst ein bisschen aus der Ruhe gebracht. Jetzt lachen alle vier zusammen. Frieda denkt kurz nach und spricht. Wisst ihr, Trixi und Bernd, eigentlich ist es nachts meistens sehr langweilig hier im Garten. Heute war wenigstens etwas los. Vielleicht bleibt ihr ja mal öfter über Nacht hier im Garten. Oh, bloß nicht, schreit Trixi lachend auf. Oh, wenn wir unseren gewohnten Rhythmus wieder zurückhaben. Es ist alles gut, so wie es war. Aber du kannst uns gerne mal tagsüber besuchen, Frieda. Ja, da werde ich auf jeden Fall drüber nachdenken, antwortet Frieda. Bernd, was hältst du davon, wenn wir jetzt doch etwas schlafen gehen? Ich hatte genug Action für heute, fragt Trixi. Bernd stimmt zu und die beiden verabschieden sich von Igor und Frieda und machen sich müde, aber glücklich und zufrieden auf dem Weg ins Haus. Kurz bevor sie ihren Schlafplatz erreichen, schreit Trixi auf. Komm, Bernd, viel Zeit haben wir nicht mehr. Es wird bald Tag und ich muss mich jetzt hinlegen, denn ich will ja fit sein für morgen, für unser neues Abenteuer.